Moin, ich bin Florian von Autokorrektur. Bei uns erhalte ihr die farbigen Sicherheitsgurte für jedes Fahrzeug und die Scheinwerfer-Cover. Die Scheinwerfer-Cover haben wir jetzt hier vorbereitet am Audi A6 C7 4G Facelift-Modell. Da gibt es noch wieder Unterschiede, hat er Matrix- oder Voll-LED-Scheinwerfer. Jetzt haben wir sie für den Matrix-Scheinwerfer fertig. In Kürze folgen die dann noch für die Voll-LED und auch für den Voll-Facelift. Zur Montage der Cover, die könnt ihr in der Tasche bekommen und zur Montage muss die Haube geöffnet werden und dann werden die einfach einmal so ein bisschen drüber geschoben. Einfach dran, zack und dann ist das Ganze schon richtig perfekt wie eine zweite Haut. Die Cover können wir in jeglicher Farbe machen, blau, rot, grün. Das hier ist jetzt smoke-dunkel, hier ist das Schöne, da geht Licht und so auch noch durch. Machen wir mal Licht an, sieht man, aber der ganze Chrom, alles im Scheinwerfer ist sofort weg, sieht richtig gut aus. Ist natürlich nur für Fotos, Treffen gedacht, nicht um damit rumzufahren, da ist natürlich das Licht auch noch reduziert. Zum Abnehmen muss die Haube auch wieder auf sein und dann kann man das Cover einfach hier oben packen und wieder abnehmen. Schöne ist, die sind richtig flexibel, da kann überhaupt nichts passieren, beschädigt auch den Scheinwerfer nicht. Ihr könnt sie da jederzeit einfach wieder in Sekunden drauf und auch wieder abnehmen. Und das Ganze sitzt perfekt wie eine zweite Haut, trägt nicht auf. Wünsche ich euch viel Spaß damit. Wünsche ich euch viel Spaß damit. Wünsche ich euch cosmos auf. Wünsche ich euch viel Spaß damit. Wünsche ich euch bald probieren. Vielen Dank.